Ja, also du brauchst von mir diese hier alle, Dweller, 4 Dasher Ultimates, Stardust, Ghost, Exodius, LOB, Deltaros, Amul, 3 neue Karten und diese hier brauche ich. Also was geht es hier alles? 50 Cent, 2 Euro, 4, 7. Der hier wirklich nur 7? Ich meine, ich glaube, der geht auf 25 oder nicht? Ne, der ist gesunken. Echt? Okay. Ja, leider kann man nichts machen, falls so ein Yugi war. 50 Cent, nichts, 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 das ist einfach ein Bonus. Okay. 3, der ist damage. Ja, so 7, der 1,50. Ja, okay. Ja, ich weiß, ich habe irgendwo gehört, dass der 20 gehen soll, sicher, dass er bloß 5 geht? Ne, der geht echt nichts, der geht wirklich nur 5. Ja, okay. Okay, aber die hier geht ja 5 und die hier geht 10. Ne, 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 das stimmt nicht. Die geht 20. 20? Ja, die geht 20. Ganz sicher. Die ist gestiegen wegen Wavering Ice, die ist ja neu erschienen. Ja, gut, da hast du recht. Die geht 18. Okay, also gehst du mit, okay. Und der hier? Die geht 2, kann ich für dich 1,75 sehen, weil sonst ziehst du mich noch ab. Ja, okay. Ja, gut, also, aber ich setze schon sehr viele Karten. Und du nur die 3, ich weiß nicht. Du sollst ja auch die Spielstärke sehen, weil deine Karten sind halt nur crap und die braucht man nicht. Und meine Karten sind halt extrem spielstärk, auch in der Wahlballchain. Ich weiß nicht. Ja, gut, du bist ein Freund seit meiner Kindheit, du bist mein bester Freund und einer der wenigen, die ich habe. Ich glaube jetzt nicht, dass du mich abziehst. Ne, warum, ich habe ja auch keinen Grund dazu. Ja, okay. Dankeschön. Ja, so immer. Ja, bitte. Aber schreibt uns doch in die Kommentare, wie findet ihr den Tausch? Ist es gerecht, ist es nicht gerecht? Ich sage, es ist gerecht. Ja, ich weiß nicht.